moin leute was geht hier ist wieder geist heute möchte ich euch zeigen wie den letzten buchstaben das e für die herausforderung kommt und zwar landet ihr dafür bei hydro 16 das war ja wo war hydro 16 16 war ja hier landet ihr da spring ich mal ab und zwar müsst ihr hier auf diese brücke leute ich zeige euch das noch mal auf der karte das ist hier unten so ja ist jetzt gerade ein bisschen weiter weg das nervt jetzt bisschen so mit dem fliegen aber macht nichts wir sind ja gleich da leute so ich bin jetzt bisschen zu tief das heißt ich muss erst mal paar metz machen weil das e wird hier auf der laterne oben sein das e ist hier oben auf der laterne so und da ist es schon so da haben wir das eh leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da leute ein abo wäre nicht schlecht ansonsten bis zum nächsten mal was gut ciao